Zu Beginn der Sitzung hatte Parlamentspräsident Ralf Wieland allerdings noch eine traurige Pflicht zu erfüllen, denn die Abgeordnete der Linken Marion Selig ist in der vergangenen Woche gestorben nach langer Krankheit. Sie wurde 60 Jahre alt. Sie war in der Linken Fraktion stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Hier die Gedenkworte von Ralf Wieland. Unter dem Dach der Kirche in der DDR begann Marion Selig Anfang der 80er Jahre in der Berliner Tionsgemeinde mit der Friedensarbeit. Sie gab Kinderseminare, organisierte die ersten Menschenrechtsseminare in der DDR und arbeitete seit 1987 in der Kirche von unten mit. Marion Selig stand in Opposition zur DDR. Sie zu verlassen kam für sie aber nicht in Frage. Sie wollte die Reform von innen und setzte sich für die von der Regierung Verfolgten ein. 1988-89 nahm sie an Mahnwachen teil, ebenso an Protestgottesdiensten und sie sammelte Spenden für die Opfer und Familien der Inhaftierten. Im September 1989 gründete Marion Selig die Vereinigte Linke mit. Eine politische Gruppierung in der Endphase der DDR, die Mitglieder aus vielen linken Gruppen sowie kritische Mitglieder aus der SED versammelte. Nach der Wende vertrat Marion Selig die Vereinigte Linke am zentralen runden Tisch. Seit Januar 1991 war Marion Selig Abgeordneter im Abgeordnetenhaus von Berlin. Über die offene Liste der damaligen PDS zog sie parteilos ins Parlament ein. 1998 trat sie dann der PDS bei. In einem kleinen Selbstporträt begründete Marion Selig ihre Haltung zur Innen- und Sicherheitspolitik. Sie schrieb dort, dass sie der Einschränkung von Bürgerrechten Einhalt gebieten möchte. Die Sensibilisierung dafür, dass Bürgerrechte nicht einfach da sind, sondern oft erstritten und verteidigt werden müssen, durchzog ihr politisches Leben und Denken erst in der DDR, dann auch im Vereinigten Berlin. Unsere Anteilnahme gehört ihrer Familie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017